Herzlich willkommen bei Markilux. Dass Architekten keine Markisen lieben, ist kein Geheimnis. Sie empfinden Markisen eher als störenden Fremdkörper am Haus. Dass das nicht so sein muss, zeigt unsere Markilux 990. Durch ihre variable Montagemöglichkeit an Wand und Decke passt sie sich jedem Gebäude harmonisch an und wird somit zur Zierde für jedes Haus. Wenn die Markise ausfährt, entfaltet sie zudem ihre einzigartige Eleganz. Zum Beispiel mit einem der neuen exklusiven Visutexttücher aus der Markilux Kollektion. Bei einer Breite von 5 Metern und einem Ausfahren von bis zu 3 Metern erzeugt sie eine schöne, stimmungsvolle Atmosphäre auf jeder Terrasse oder Balkon. Außerdem wird sie durch ihre kompakte Bauweise zu einem echten Design-Highlight. Schlank und elegant umschließt das Ausfallprofil, die Gelenkarme und das Tuch und das in einer ganz neuen Formensprache. Clever und schick. Das Tuch wird perfekt geschützt. Ob Handantrieb oder Komfortantrieb mit Funkmotor und Fernbedienung, Gelenkarmen mit Gliederkette oder Hightech-Gelenkarmen mit Bionic Sehne. Auch technisch hat die Markilux 990 viel zu bieten. Stellen Sie aus 7 Gestellfarben und über 250 Tuchdessings aus der Markilux Kollektion Ihre ganz persönliche Markilux 990 zusammen. Jede Markise ist ein Einzelstück und wird individuell für Sie angefertigt. Somit bleiben keine Wünsche offen. Markilux 990, eine der schönsten und meistverkauften Vollkassettenmarkisen Europas. Wenn Sie die Markilux 990 live erleben möchten, besuchen Sie uns in einem unserer Ausstellungszentren oder in einem der Schauräume unserer Markilux-Fachpartner vor Ort.